WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR und der Abstieg dürfte jetzt kein Thema mehr sein. Man darf eher so ein bisschen nach oben blinzeln. Schiedsrichter erpfeift die Begegnung an und ich glaube, wir freuen uns alle auf ein unterhaltsames Spiel. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Und jetzt ins Tor. Lasser abgeblockt. Der Ribéry ansonsten so präzise, jetzt mit einem grausamen Pass ins Auto. Ja, so kann es weitergehen. Kann er sich den Ball holen? Und der Schiedsrichter tut gut daran, gleich zu Beginn ein Zeichen zu setzen. Was sieht gut aus? Robin! Wird das was für die Bayer? Brust und! Da rettet der Posten! Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat. Und so ganz einfach war das eben nicht. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Dieser Pass ist ihm vor Unglück, dem Ribéry. Da freut sich der Trainer. Die Situation wurde geklärt. Ja, da kommt was auf uns zu. Stark gemacht. Der könnte passen. Und der Laufkrieg ist tot. Ach ja, wir wollten schon nach Hause gehen. Aber jetzt kommt ein erster Tor. Ja, es war ja bis hierhin wenigstens spannend. Aber kein großes Fußballspiel. Ja, das hat er kommen sehen. Als hätte er es geahnt. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Der Schiedsrichter pfeift ein Handspiel. Wir haben es schon so oft erlebt. Vielleicht passiert es diesmal auch. Ein neuer Mann. Und es gibt doch keine Niederlagen. Aber er kann den Ball nicht festhalten. Er grätscht die Lein. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Da haben sie sich zu früh gefreut. Der Angriff ist schon wieder beendet. Arjen Robben im Ballbesitz. Unter- und Parteiische lässt das Spiel weiterlaufen. Toni Kroos. Klasse Zuspiel. Achtung, lässt. Und Tor, und Tor, und Tor. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Ausländern. Der Mann ist in einer fantastischen Porte. Wie viel Arme hat der Mann? Arjen Robben im Ballbesitz. Ein Spieler am Boden. Sieht so aus, als hätte er sich gezerrt. Die Fans, sie erwarten einen Flankenball. Er sucht den Abschluss. Das nennt man wohl modernes Torwartspiel. Ja, perfekt. Das ist eine richtig gute Aktion. Ein Beleg für eine exzellente Torhüterleistung. Schluss, aus, Ende. Das Spiel ist gelaufen.